Hallo, hier ist 3 zu 1, Michel Müller, heute mit meiner sensationellen Stute-Gäste. Stute? Stute-Gäste. Fränkisch hat was Sexuelles, immer. Ja. Hey! Hey! Wo gucken wir denn hin, in welche Kamera? Da! Ach, in die. Hey! Hey! Das wird sexuell, das wird erotisch. Vielleicht. Nochmal. Nee, ich fand's lustig. Nein, sexuell darf man wahrscheinlich wieder nicht sagen. Das ist nicht MeToo, das ist MeToo. Ja. No. Sorry. Servus, hier ist wieder 3, 2, 1. Na, hör auf, komm. Das wird nicht besser. Einmal, komm, einmal noch. Einmal noch, einmal noch. Servus, hier ist wieder 3, 2, 1, Michel Müller, mit der sensationellen Mirja Regensburg. Quasi die M&M-Show. Genau, wir sind M&M, die goldenen M&M. Du sagst die Michel Müller, und dann sag ich die M&M-Show. Super. Hey, das ist, ich sollte Regie machen. Ja. Servus, hier ist wieder 3, 2, 1, Michel Müller, mit der sensationellen Mirja Regensburg. Wir haben quasi heute die M&M-Show. Wow, es geht um Eurovision Song Contest, um die Europawahl und um uns zwei. Was will man mehr? Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank.